Der Meister war der Gusti Wappel, wie ihr mal gesehen habt. Er hatte als Kind noch eine Sumpfung. Das ist der Herr August Bucher. Ich habe ausdrücklich gesagt, der Herr August Bucher hat bereits reklamiert, dass ich heiliger Wege bin. Aber kommst du dann noch dran am Schluss. Er ist also nicht nur als Sumpfmeister, als Kompensation ist er eine Omerste. Und das ist der berühmte Edi Haller, der mir eben einbringen hat. Er hat gesagt, wie soll ich kommen? Und ich habe ihm immer gesagt, dass er mir kaum lehrt. Schau mal so, ein liebenswürdiger Bursch. Guck, für die Stadt, wo man aufkommt. Zeig dir mal. Dann bin ich immer wieder. Dann hättest du mir noch mal wieder ausgesehen.